Punktrichter, Daniel Posa. Das geht gar nicht. Ich habe für tages Gegenlicht durch die so anderen Länder. Das ist egal, jede Pflicht ist gleich schlecht. Wir haben sie schlecht ausgelaufen. Dann gucke ich wahrscheinlich in die. Ich gucke jetzt mal an. Ich gucke jetzt mal an. . . . . . . . Ich versuch's noch mal an, Andrej. 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 Die Aufnahme von Emil Kusserlof in Zurich ist Kora Isarien, gewinner von Main-Holson-Fetz-Akturier mit einer 59-Kilber-Klasse. Der next Tag ist die 98-Kilber-Klasse. Matthias Thomas in Kalmama.